Wir finden einen Weg. Wir können hier nichts mehr tun. Connor, wann kommt die an? Au, verdammt. Ich will das scheiß Nebepfeil sehen, seit ihr den ersten Stein gelegt habt. Wir sind die ganze Zeit bei euch. Was geht da ab? Mein Gott. Die Rache für den Überfall gestern. Also, ist das unsere Schuld. Schnauze-Hopper. Wir müssen weiter. Boah, man hört nur das Geschrei. Tja. Mit sowas muss man rechnen. Sowas war unvermeidlich, dass die dann die Koreaner übertreiben. Okay. Kommt. Das hat keinen Sinn. Ohne ist tot. Es ist vorbei. Es ist nicht vorbei. Boon hatte einen Plan. Wir sollten in die Erde erweisen, ihn durchzuführen. Wenn wir zusammenhalten, haben wir eine Chance, die Mauer einzureißen, um die Tanklastwagen einzuholen. Genau. Was war das? Ist kaputt. Ne, hier hoch. Gut. Ein Wehrschutzkampf. Ich suche Brooks. Er ist hinten. Oha. Wie ist die Situation? Wir werden an der Mauer festgenagelt. Erleiten schwere Verluste. Was ist mit Verstärkung? Ich würde nicht darauf bauen. Die KVA brennt Siedlungen nieder. Sie töten jeden in Sichtweite. Die wenigen Überlebenden haben alles C4 genommen, das wir hatten. Der Widerstand? Raketenwerfer. Unterstützt von regulären der KVA. Okay. Der Goliath wird unser Zugtier. Was? Hopper, du und Rihanna macht so viel C4 am Gestell fest wie möglich. Jacobs, du kommst mit mir. Wir machen dem Goliath den Weg zur Mauer frei. Och, nee. Okay. 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 Weg, damit du unsere Bombe durchrollen kannst. Okay, das ist auch eine dumme Idee. Ja, ich weiß, ich bin nicht unbesiegbar, aber ich hab die auch gar nicht gesehen. Okay. Okay, nochmal von vorn. Zwischen uns und der Mauer sind noch ein paar Straßensperren. Die müssen weg, damit unsere Bombe durchrollen kann. Bah, ist getroffen. Zack. Zack. Da oben. Zeig dich. Zack. Als Scharfschütz bin ich immer noch besser gebrochen. Zack. Komm, vorrücken. Da ist noch einer. Und los. Nee, das ist zu, äh, herbe. Geht nicht. Komm schon, komm schon. Die Barrikade ist weg. Wir müssen den Abschnitt halten. Such eine erhöhte Position und geben mir Deckung. Aber eine erhöhte Position, wo ist denn der? Kann ich in das Haus? Nichts Haus überhaupt. Da oben. oi, 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 ich hänge fest. Hier komm ich gar nicht hoch. Okay. Muss ich das halt so machen, vom Boden aus. Noch schneller kann ich sie nicht töten. Ähm, Visier. Ah, verdammt. Nicht mehr bekommen. Die Steuerung der Barrikade ist auf der anderen Seite des Kontrollpunkts. Wir kommen nicht ran. Die haben sich angegraben. Wir müssen uns hier rumgehen. Ja, dann zeig ich mir einen Weg. Du sollst mir einen Weg zeigen. Ich bin ein Kassel. Ich bin ein Kassel. Ich bin ein Kassel. Ich bin ein Kassel. Los, Conor, zeig mir den Weg. Ich bin ein Kassel. Hinter der Theke. Hä? Aber mit Schrotflinken kann ich nicht umgehen. Bin es sich hier. So. Ja, Moment. Boah. Erstmal mache ich mir hier ein bisschen Sicht. Ich weiß. Ich weiß. Ich aber nicht. Scheiße. Komm schon, komm schon. Ja, sauber. Der Maulwurf, der ist Maulwurf. Wer macht der nicht? Wenn die Mauer durchbrochen ist, nehmen wir den Humphi. Papa, sieh zu, was du machen kannst. Wir gehen nach oben. Okay. Das beteiligt, dass die Koreaner büßen. Hm. Der Goliath ist fast da. Diesmal haben wir nur einen Versuch. Auf mein Zeichen. Jetzt. Meine Name. Boah. Ist die Mauer kaputt? Das hat geklappt. Die Mauer ist offen. Sauber. Er hat seinen Zwingen erfüllt. Er hat uns aus dieser Stadt gebracht. Und jetzt fahren wir nochmal weg hier. Und holst alle nach unten. Komm, ich komme, ich komme. Oh. Ich muss den normalen Weg da runter gehen. Ja, Leute. Los. Ja, sauber. Ich kann ans Geschütz. Das ist gut. Ui. Zack. Kann ich aber nicht drehen, das Teil, oder? Doch, kann ich. Ja. Ja, ich mache den Weg frei. Errungenschaft freigeschaltet. Die Mauer. Der Widerstand versucht, Zellen außerhalb von Montrose zu kontaktieren. Es ist schwer zu sagen, was außerhalb der Mauer geschieht. Aber laut unseren KVA-Quellen werden mehrere Patrouillen vermisst. Und jene, die überlebt haben, berichten nur Schreckliches. Nach dem EMP, als das elektronische Netz, das uns bewahrte, zusammenbrach, verfiel unsere Nation ins Chaos. Ich erinnere mich an diesen ersten Winter, in dem die Verzweiflung über das Land fegte. Die Nahrung wurde knapp, und die Menschen fielen übereinander her. Viele hinter der Mauer denken nur noch an ihr eigenes Überleben. Wenn sie es mit diesen Menschen zu tun bekommen, dann denken sie daran, dass sie unberechenbar sein können. Seien sie vorsichtig da draußen. Dies ist die Stimme der Freiheit. Gut, Stimme der Freiheit. Predige weniger und kämpf auch mal. Warte hier auf. Diese Jungs sind nicht gerade in Koreaner von Nord. Oh ja, du bist auch in Koreaner. Können wir ihnen trauen? Dun hat das angeordnet. Er wusste, mit wem er es zu tun hat. Sieh mal einen Arm. Was haben wir denn hier? Konnascheiß, morgen. Haben gehört, die Nords hätten deinen Arsch gehängt. Sie versuchen es immer weiter. Also, wo ist der Heddy? Wo ist Boone? Der ist tot. Ach, Scheiße. Schätze, der Deal ist geplatzt. Töp zu, Arschloch! Denk nicht mal dran, uns zu verarschen! Hey, hey! Komm schon, hilf mir! Wir kämpfen den gleichen Kampf! Ich sag dir was. Ich nehm die Schlampe und das Nadengesicht, das sich hinten versteckt, und du darfst auch eine Kugel im Kopf gehen. Ja, ich denke, du kommst bei dem Deal schlechter weg. Das geht nie ab, ey. Scheiße, ich weiß nicht. Bewege uns, Jacob! Bewege uns! Und gehen! Wir gehen nicht ohne diesen Helikopter! Wir können froh sein, wenn wir überhaupt wegkommen! Und es sind Amerikaner! Sie sollten noch auf unserer Seite sein! Nein! Diese Typen sind durchgeknallt! Sie sind auf keiner Seite! Versuch sie lebendig! Kontakt! Da, im Turm! Ich versuch jetzt einfach ganz au-im-Turm. Schäubert das verdammte Haus! Ja, oh Gott, Jacob's. Super. Da! Und jetzt? Wir gehen nicht ohne diesen Helikopter! Wir können froh sein, wenn wir überhaupt wegkommen! Es sind Amerikaner! Sie sollten noch auf unserer Seite sein! Nein! Diese Typen sind durchgeknallt! Sie sind auf keiner Seite! Versuch sie lebendig zu erwischen! Die Koreaner zahlen mehr, wenn sie noch zappeln! Verdammt! Weißt du was? Ich hab keine Granaten! Mist! So, jetzt aber! Und das ist... Dings... Da... Das ist so ein Ding an! Und das ist so ein Ding an! Mut alle, gerade nach! Und doch, da sind sie! Nehmen wir nicht durch, gerade nach! Alle mir nach!